Peace Leute, ich bin's, euer Freezy mit einem weiteren Video und zwar wie ihr meine Augenringe sehen könnt, bin ich gerade erst aufgewacht aber ich hab gestern Abend eine Nachricht bekommen von Zemex und das macht mich einfach sprachlos deswegen würde ich sagen, wir sehen uns nach dem Intro So Leute, wegen Zemex habe ich einen leeren Kopf, deswegen würde ich einfach sagen, wir lesen uns die Instagram Chats durch und zwar hat Freezy wollte ich schon sagen, Zemex mir geschrieben Hey Freezy, deine Kat ist angekommen Bei dem Punkt dachte ich schon mal richtig gut, weil da könnte er nicht sagen, dass die im Zoll gelandet ist oder so Das Gute war schon mal, dass sie bei ihm ist Aber dann, als ich weitergelesen habe, hat er geschrieben Aber ich gebe sie dir nicht zurück, weil du Videos gegen mich machst Da frage ich mich, wo mache ich Videos gegen dich? Ich habe nicht einmal ein Video gegen dich gemacht, sondern nur die Situation geschildert Dann habe ich ihm geschrieben Hey, ich schildere nur die Situation und du kannst mich doch nicht einfach so abziehen, habe ich erstmal geschrieben Weil Leute, ich habe ja keine Videos über ihn gemacht oder gegen ihn besser gesagt Sondern nur in mein Update Video gebracht, was gerade los ist mit dem Preisgeld und so Weil meine Zuschauer, die mögen diese Videos, die wollen, dass ich das Preisgeld bekomme Auch Ehrenmännerkurs geht raus Und dann habe ich geschrieben, wenn du so ein Shit durchziehst Ich wollte jetzt nicht das deutsche Wort nennen Durchziehst, wird es rechtliche Konsequenzen haben Also Zimax, ich würde sagen, ich gebe dir jetzt noch genau eine Woche Wenn du da jetzt nicht das Geld überweist oder mir eine Bestätigung gibst, dass du das bald überweist Werde ich auf jeden Fall rechtlich dich, äh, ja wie sagt man das Werde ich auf jeden Fall rechtlich vorgehen Und ja Leute, schreibt in die Kommentare, wie findet ihr sowas Weil ich habe lange auf ihn gewartet Letztes Video war sogar gut über ihn Ich wollte ihm helfen mit dem Preisgeld Und dann macht er einfach jetzt wieder sowas Das verstehe ich jetzt gar nicht Aber ja, was sollen wir machen Ich warte jetzt eine Woche, hast du Zeit Zimax Kannst auch unter meinen Kommentaren was schreiben Und ja, ich bin's, euer Freezy Lasst ein Like da, ganz wichtig Abonniert den Kanal, sehr, sehr wichtig Leute Road to 2000 Abos Und ja, das war auch ein kleines Infovideo Mal schauen, was so passieren wird Aber ja, euer Freezy, haut rein Und ja, ich bin's, euer Freezy